Vergib mir, Vater, ich habe gesündigt. Ich habe jemanden verletzt. Ich habe jemanden ernsthaft verletzt. Vor 25 Jahren habe ich einem Mann vertraut. Ich vergötterte ihn. Er sagte, ich hätte was, was andere Jungs nicht haben. Ich sei was Besonderes. Er sagte, wenn ich das weitererzähle, würde Gott es wissen. Gott würde mich bestrafen. Was möchtest du? Rache. 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 Rache.